Oh, ich bin mal in eine Lobby gekommen. Das ist ja der Hammer. Dann kann ich ja mal ein Headset aufsetzen. Mhh, klasse. Ich freu mich. Gut, kommt jetzt der Hydroflex. Mal gucken. Wahrscheinlich knallen die mich direkt ab. Alter, die geben sich ja richtig. Der Bessern ist absolut am Abräumen. Alter, der gibt dem da aber. Bessern, Junge. Ich habe noch nie mal was gemacht, aber jetzt mache ich was. Bessern. Der ist Level 357. Pass auf. Dem haue ich jetzt auf die Schnauze. Leute, dein Ernst? Guck mal, er, Alter. Ich will eigentlich nur diesen Bessern haben. Der Bessern stinkt. Da gibt es jetzt ein schönes Spielzeug. Was nehmen wir denn? Hm, Starling, Pyro, Akula, Rogue. Bin eben Rogue. Zur Begrüßung gibt es ein Bömmchen. Musst du gar nicht in deinen blöden Jet steigen. Mit der Rogue kann ich nicht so straight von oben kommen, weil es halt kein Jet ist. Boah, das war knapp, ey. Haben wir noch Raketen? Ungelenkte. Muss ich ihm auch noch geben. Ich muss mit rechts schießen. Und die sitzt. Und zwar schmackhaft. Schockes, ey, Bruder. Vielleicht funktioniert es ja. Guck mal, da unten willst du. Ich muss mit links schießen. Oh. Nein. Och, das nenne ich mal Pech, Alter. Direkt vor eine verkackte Laterne, Alter. Ja, jetzt muss ich mit rechts schießen. Mach gleich eh wieder den Kamikaze. Ah, gut. Dann landen wir das Ding. Oh. Alter. Oh. Was schießt denn der mir jetzt hinterher, der Arsch? Oh, da, bitte, bitte. Oh, Glück gehabt. Das war aber ganz knapp. War das jetzt echt die Akula, die auf mich geschossen hat? Frech. Das ist der Bessam. Digga, hätte ich jetzt BST gehabt. Alter. Schon wieder eingetroffen, aber nicht gekillt. Digga, ist ob. Also, dann haben die zwei sich jetzt verbündet, ja. Der Bessern. Und der... Ist ja raus. Ne, das war der Chicky, ne. Ich brauch ein Spaßmobil. Ein Spaßmobil. Äh, in den Rogue eigentlich schon ganz sexy. Deswegen bin ich auch voll im Rogue-Modus. Ich sag'n. Jetzt gibt's auch das Fressbrett. Kleine Bessern, sauer. Wo ist der? Da ist der Kuss für Bessern. Hallo, mein Schatz, ich liebe dich. Du bist die Einzige von mich. Wo bist du jetzt? Bessern, mein Engel. Willst du noch ein Bämmchen? Ich schenke dir. Da hasse es. Oh. Leider hat es nicht getroffen, du. Schießt mir eine Rakete hoch. Yo. Aber du kriegst ein Bämmchen zurück. Ich tue jetzt mal so, als würde ich mich nicht um den Bessern kümmern. So, als würde ich den gar nicht auf dem Schirm haben. Wüsste ich gar nicht, was der macht. Echt mal gespannt, was da jetzt kommt. So, mein Freund. Da jetzt ein Bämmchen für dich. Oh. War gar nicht schlecht predicted hier. Oh. El Savage. Oh, Mann. Savage mit der Bombe. Das wäre jetzt absolut lecker. Oh. Aber das. Könnte witzig werden. Da muss ich jetzt droppen. Und. Oh. Mann, ey. Jetzt von oben kommen mit der Rakete, ist mir zu langweilig. Das muss hier schon schmackhaft sein. Die sitzt. Oh. Kunstvoll ausgewichen. Was damit? Alter. Der. Gibt es hier richtig Mühe. Oh. Wieder so ein knappes Ding. Warum holt er sich denn einen Savage? Oh. Habe ich ein anderes Problem. Den habe ich nämlich gar nicht gesehen. Jetzt muss ich dich doch so holen. Tschüss. Das wird knapp. Den kriege ich nämlich nicht mehr. Oh Gott bitte, Rotor. Gib nicht auf. Hast du dich jetzt umgebracht? Okay. Okay. Und da gibt es jetzt nochmal einen Sturzflug. Gerade noch geschafft, der Kollege. Und eine Bombe geht noch. Bumm. Schmackhaft. Und jetzt holen wir uns einen neuen. Hat er sich schon wieder einen Jet geholt? Haben wir gerade gesehen. Dann schnappe ich mir jetzt einen Starling. Dann geht es mit dem Starling raus. Mies. Jetzt ist es ja schon wieder gestorben. Hast du vor? Die sind hier heute frech, Hämmer. Das ist ja nicht mehr normal, Hämmer. Guck ihn dir an, da unten, Hämmer. Steigst nicht nochmal in dein Auto ein, Hämmer. Geht hier los? Oh. Ja, das war knapp. Oh yes. Das ist in deinen Hangar rein. Ich habe den Typen im Hangar im Blick auf jeden Fall. Ich weiß genau, was der macht. Bumm. Du versuchst es schon wieder, Bruder. Sheets? Warum denn Sheets? Ihr habt einfach noch nie jemanden gesehen, der in einem Controller fliegt auf dem PC. Ich kann es jetzt mal explodieren. Dankeschön. Was ist das für ein Flugzeug? Oh. Guck mal, er versucht es schon wieder. Ja, schade. Oh, jetzt kommt hier der Dogfighter schlecht hin. Pass auf. Und schon am Qualmen. Das ging ja schnell. Oh, schade, Hämmer. Klatscht der jetzt da auf den Boden? Ja. Oh, B11. Das wird auch interessant. Ich will den da rausschießen. Das ist eine super Übung für mich mit dem Starling grad. Aber du weißt schon, wenn du da drin bleibst, hat sich das erledigt für dich. Wie oft er jetzt seinen Jet schon geholt hat, finde ich auch bemerkenswert. Godmode and Teleport. Yeah, yeah, I've heard that many times. Oh, my God. Die glauben echt, dass ich modde, Alter. Die sind my ass. Das ist ja richtig triggert, der Typ, Alter. Jetzt hat er sich auch eine Starling geholt. Jetzt wird es interessant. Jetzt bin ich mal gespannt, ey. Aber, also, Starling gegen Starling ist schon hart ätzend, muss ich sagen. Oh, der ist echt schon voll gegen das Gebäude geflogen, der Trottel. Ja, moin, ey. Jetzt hat er sich ein Geschütz geholt und will seinen Kollegen abholen. Ja, gut, ist jetzt keine schlechte Idee, ne? Ja, oder doch. Genau, jetzt hinten aufs Geschütz drauf, Bruder. Das ist die beste Entscheidung. Jetzt ist er gestorben, Mann. Wo bist du jetzt? Da. Ah. Oh, ist das ein Noob-Bike? Ne. Big Jager ist vom Radar verschwunden. Oh, nein. Wo war er denn als letztes? Hier. Das heißt, ich kann ihn natürlich immer noch sehen. Dann lassen wir ihn mal in Ruhe. Soll er vom Radar verschwinden. Gehen wir nochmal zu dem Kollegen da, der glaubt, dass er sich jetzt seelenruhig der Starling gönnen kann. Und sagen einfach mal, nö, Bruder. Das ist schon crazy, muss ich schon sagen. Oh, ich habe ihn bestimmt getroffen. Mehr noch nicht. Oh, 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 oh. Ah, guck mal, jetzt lasern sie beide da unten rum. Ei, 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 ei. Oh, du kannst mir doch nicht erzählen, dass das jetzt nicht getroffen hat. Oh, jetzt haben sie mich gleich. Jetzt muss ich doch mal kurz die Bomben auspacken. Ah, gut. Ich zeige mir nochmal, wo ihr steht. Dann habe ich es leichter. Da ist Nummer eins. Nummer zwei ist hier. So, dann hole ich mir mal Ebene neun. Nehmen wir nochmal die Rogue. In der Rogue ist es wahrscheinlicher, dass sie mich da rausholen können. Gut, dann kommt jetzt die absolute Kuss-Action. Ja, ist ja gut. Ist ja ja gut. Ruhig mit der Dinger auf mich schießen. Jetzt bin ich zwar schon am Qualm, aber das war es mir wert. Das war jetzt lustig. Ne, den Winkel kriege ich nicht. Oh, jetzt ist es ja wie im Krieg hier. Jetzt hat er das Flak geschützt. Und wir sind hier im Bomber. Fühle ich mich wie im Zweiten Weltkrieg hier. Ah, okay. Und da ist es auch schon vorbei. So schnell ging das. Ja. Kann ich mir wieder einen neuen holen. Oh, da könnte ich jetzt Probleme mitkriegen. Wer wollte denn Kamikaze machen? Komm schon, selbst mit einem schweibenden Ding kriege ich das noch hin. Jawohl. Jetzt haben wir hier. Was ist denn der jetzt? Oh. Der ist gestorben. Was hat er hier weg? Nice Hack. At least I captured it. Ich weiß nicht, was der labert. Der hat wahrscheinlich eine Mission aktiv. Oh, Schicki hat keinen Bock mehr. Der ist raus. Mann, Alter. Die Jungs sind, glaube ich, richtig lost. Der ist richtig sauer. Mann, selbst wenn er steht, treffe ich ihn nicht. So schlecht bin ich. Ich nehme die Füße. Da. Oh. Scheiße. Ah. You sniped me? Ha? Aha. Ein Kuss in den Kopf. Aber ich habe keinen Bock zu snipen. Das ist mir jetzt zu öde. Guck mal, wie er da steht. Er steht da still. Guck mal hier, wie ich neben dich schieße. Da. Boom. Boom. Absolut die Hexe habe ich am Stadion. Jetzt habe ich noch eine Patrone, Digga. Und die geht in deinen Kopf. Egal, Alter, was die Leute manchmal glauben. Ich weiß es nicht. Komm her jetzt. Ja, versteckt sich hinter meinem Hunter. Das ist die absolute Genius-Idee, Bruder. Da werde ich dich niemals treffen. Ich kann dir auch in deine Eier schießen. Oder in dein Bein. Oh. Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Sei nicht so krass. Oh, jetzt kommt die Minigun. Ja, das ist natürlich eine geile Idee. Guck mal, Alter. Was denkt der denn, dass er sich dahinter verstecken kann? Hä? Da. Stark, Bruder. Das war absoluter Überraschung. Perfekt. Äh, warte mal. Hier, ich gebe dir den. Moin. Boom, 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 boom. Ehre. Also, Rebix, du bist richtig gut auf dem PC. Ha, scheiße. Ich kann nicht mal mit Raketen dahin aimen. Das trifft den jetzt. Ich will seinen Rotor haben. Ah, seinen Rotor. Ah, das war's jetzt. Jetzt kommt er runter. Ab in den Hunter. Dann muss ich jetzt auch direkt die Düppel ziehen. Wird auch ganz schön eng. Das war ja jetzt nicht so gut. Du musst hier gar nicht so rumgeiern. Ach so. Eine. Jetzt. Na, jetzt versuche ich mit Einzelnen zu schießen und habe erst bei der zweiten getroffen. Das ist auch bitter. Gut, God-Mode. Was denn für ein God-Mode, Digga? Lol. Ach, schon wieder. Ich sag's grad noch. Alter. Da müsst ihr mal... Da seht ihr mal, wie präzise man mit den Dingern treffen muss. Na, wenigstens einen. Der sitzt jetzt nicht, mein Freund. Und ich geh jetzt aufs Dach. Oh, der hat nicht gesessen. Nur mal kurz landen. Boah, der war schon der erste Hit, ey. Und ich hatte natürlich mal wieder keinen BST drin. Höh? Lol. Was war denn das jetzt? Boah, jetzt kommt der im Panzer. Ja, eigentlich muss ich hier weg. Der Panzer ist jetzt nicht so nice. Ach, nee. Der Spawn killt mich jetzt die ganze Zeit. Hm, dann bin ich mal kurz weg, Jungs. Jetzt fahren die mich mit dem Panzer ab, Alter. Das ist ja richtig bitter. Bin ich auch noch nicht geflogen auf dem PC. Den Avenger. Was mir aber auffällt ist, ich halte mich ziemlich lange mit denen auf. Jungs, ich will nur mal ganz kurz ganz freundlich zu euch sein. Ich hab nur mal ganz kurz richtig Bock auf eine harte Kuschel-Session. Wie seht ihr das? Habt ihr Bock? Oh, nein. Jawohl. Da ist der Kuschler. Jetzt wieder auf seinem Bike. Nochmal gekuschelt. Aber ich glaube, das war's jetzt, oder? Ey, guckt euch das an. Das ist so ein heftiges Biest. Der Bess haben, Alter. Dann hol ich jetzt nur noch den. Das muss der denn auch direkt meine Mutter beleidigen. Das finde ich jetzt nicht. Okay. Egal, ich frag die mal, ob die jetzt Freunde sein wollen. Ganz nett, frag ich. Ganz nett. Ich versuche jetzt mal freundlich zu denen zu sein. Wäre blöd, wenn die mich jetzt noch weiter killen. Mhm. Alter, die Säcke. Missklick, sagt er. Egal, diese kleinen Säcke, ey. Vor allem der hier. Wie wackig das ist. Aber die Verfolgungsjagd macht grad Spaß. Auf PC ist das irgendwie übel wacklig manchmal. Seht ihr das? Wie das so jiggelt? Das mach ich da. Ich mach da gar nichts. Das ist irgendwie wegen der Maus, oder so. Also jetzt aber ehrlich, Jungs. So wie der jetzt provoziert hat, ja. Ich will ihn jetzt nicht mit Raketen holen. Das ist mir jetzt zu langsam. Äh, zu langsam. Zu langweilig. Oh, jetzt ist er. Jetzt ist er raus. Yes. Ich darf nicht so nah ran. Nee, das machst du jetzt nicht, Bruder. Den Raketen-Move ziehen wir jetzt hier nicht. Hab ich jetzt keinen Bock drauf. Wenn du Raketen willst, kriegst du auch Raketen. Nein, ich hab einen Motorausfall. Uh, ja. Der sitzt. Egal, der Spaß geht weiter. So, 20-1, Digga. Ich sollte aufhören. Boah, er hat mich echt platt gemacht. Obwohl ich ihn noch gesnipet hab. Ich brauch wieder was anderes. Dann, äh, ich hab noch einen Scramjet. Ich hab noch nicht ausprobiert. Und den, ah ja. Das ist tatsächlich auf dem PC ein bisschen schwieriger als auf der Playstation. Ähm, mag man gar nicht vermuten. Die Steuerung ist da irgendwie ein bisschen komischer. Ich spring jetzt hoch. Hoch. Geh jetzt in die Perspektive. Und knall dich ab. Um. Das hast du auch noch nicht gesehen. Ich spring jetzt hoch. Mach jetzt den hier. Geh die Perspektive. Und knall dich ab. Gut, vielleicht ist es auch nur eine Übungssache. Aber der Typ stand auch einfach nur rum. Easy Report, Alter. Der ist ja richtig am Ragen. Geh mal, was ist das an Pausen hier? Hm, kann ich eigentlich auch so? Oh, das wär jetzt natürlich auch stark. Oh, für den bin ich nicht mal gesprungen, ey. Oh. Ah. Wir gehen jetzt raus. Schlag, Bruder. Geh auch noch da rein? Genau, du musst da in Deckung gehen. Da werde ich dich niemals kriegen. Ich bin von der Tür weggeballert. Die werden jetzt mit dem wegfahren, glaube ich. Ach so, die fahren jetzt ins Wasser. Ganz klug. Hm. Das ist wirklich nicht so doof. Weil im Wasser kriege ich die jetzt nicht. Der ist gestorben. Der andere auch, oder was? Die sind beide ersoffen. Willst du mich jetzt verarschen? Die sind... Die sind beide ersoffen. Oh Mann, Alter. Ne, das ist mir jetzt zu öde. Da, ähm... Das machen wir jetzt nicht. Der bessere, Junge. Der ist so salty. Jetzt denkt der, ich habe hier Auto-Aim in der PC-Lobby. So legendär einfach. Ehre, Bruder. Äh, die wollen echt noch weitermachen, Alter. Ja, Boden muss ich halt echt eigentlich üben. Eigentlich ist das perfekt für mich hier. Bisschen Boden-War. Sag der, ich verliere meinen Account, Alter. Run, nu. Digga, der ist der toxic. Das ist so witzig. Ah, schade. Na, der ist dann ernst, Digga. Digga. Boah, jetzt seid ihr da unten, ey. Richtig am Arsch. Guck mal, er bleibt einfach stehen, Alter. All reported. Der ist so sauer. Der ist so sauer. Der, der rastet gleich aus. Der schmeißt gleich seine Tastatur weg. Jungs, ich würde normalerweise keinen so vorführen, aber der Typ, der hat so verdient, ne. Das gibt's gar nicht. Schreibt schon nur noch in Ketzloff. Ich hätte absolut keinen Bock, wenn man irgendwoher schreibt. Und er stirbt. Ha, der ist so sauer. Der ist so sauer. Play alone. Den ist so am schluchen. Oh, gut, Alter. Easy win, schreibt der. Alter, der schreibt immer noch Hate-Nachrichten. So, das wird auch nochmal witzig. Und ich eine anrufe. Boah, Digga. Muss ich denn da vorhalten? Schreibt dir. Vertraue, Fan, Spice. Gut. Gut. Ettet werden wir jetzt wieder genauer.